Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Robins Fiboprep. Ich bin jetzt im Moment bei 96 Kilo, sieht alles schon ein bisschen besser aus, aber seht ihr ja später. Ich habe vor zwei Wochen dann meine Kalorien auf 2.500 gesenkt und jetzt wird es langsam so, dass es hart wird, also meine Kraft wird halt auch immer weniger, seht ihr dann später noch beim Training, beim Bankdrücken, das ist nicht so schön und ich bekomme halt auch echt Hunger mittlerweile, der erste Woche war das ja noch voll easy, jetzt ist es halt auch ein bisschen schwieriger, jetzt auch weil ich die Kalorien noch runter gestellt habe, ja gegen den Hunger sozusagen anzukämpfen und immer nur so wenig zu essen, dass man noch weiter abnehmen kann. Im Moment sieht es bei mir so aus, dass ich morgens eigentlich fast immer einen Smoothie trinke, mit Bananen, Kiwi, alles mögliche, je nachdem wechsle ich auch ein bisschen und dann mit Saft aufhüllen, damit das natürlich noch ein bisschen flüssig wird. Und ja dann zum Mittag esse ich immer Fleisch mit Gemüse, diesmal ist es jetzt ein bisschen weniger geworden, normalerweise halt relativ viel Gemüse. Und dann je nachdem wieviel Kalorien noch übrig bleiben, zwischendurch auch mal ein Milchreis oder sowas. Also das ist halt, dass ich so mit den Kalorien hinkomme. Und natürlich immer zweimal 100 Gramm Shakes, das ist bei mir so, habe ich so Standard, habe ich mich daran gewöhnt, ist vielleicht ein bisschen viel, aber dann habe ich erstmal meinen Protein safe und dann kann ich so vom Rest gucken, ja bin ich ein bisschen freier, was ich sonst so essen kann. Und dann ist es auch so, dass ich jetzt mit meinem Bein, da habe ich wohl eine Sehnenentzündung, die halt nicht so richtig verheilt seit einiger Zeit und jetzt denke ich mir, okay, das soll endlich mal weggehen, deswegen habe ich jetzt erstmal mit dem Beintraining aufgehört und habe das dann so aufgeteilt, dass ich jetzt praktisch nur noch einen Tag Brustrücken trainiere, den anderen Tag Schultern, Arme und das dann immer abwechselnd mache und hoffe natürlich, dass die Sehne dann so schnell wie möglich irgendwann auch mal wieder heile ist und ich dann endlich wieder Beine trainieren kann und Kniebeugen machen kann, vor allem und nicht nur diese Half-Raps auf der Beinpresse, naja, mal schauen. Also wie gesagt, jetzt nur Brustrücken und Arme an dem anderen Tag. Diesmal war das auch ein bisschen kurz beim Training, also hat nicht ganz so viel Energie, habe es sozusagen nur noch schnell hinter mich gebracht. Mit Bankdrücken angefangen, ja und wie gesagt, voll wenig, 110, weiß nicht, ich glaube, im besten Satz irgendwie 9 Wiederholungen oder so, aber halt auch nichts Tolles und dann halt schön die Rudermaschine und dann noch Dips und Klimmzüge im Supersatz und dann war es eigentlich schon, natürlich schon einige Sätze mehr, also wahrscheinlich 5-6 Sätze pro Übung, aber trotzdem im Allgemeinen relativ kurz, so 3-4 Stunden oder so hat das gedauert. Ja und dann natürlich noch ein Posing zum Schluss, damit ihr seht, wie das gerade so aussieht. Also, ja, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was werben bis zu FIBO, aber sonst ist es auch nicht so schlimm, also ich habe jetzt, muss jetzt auch nicht so super shredded da auftauchen, sodass es halt ganz gut aussieht. Ich meine, es hat sich schon viel getan zu den 105 Kilo am Anfang und dann würde ich sagen, das war es dann erstmal, man sieht sich. Ciao. Euerigen.